Noch einer. Haha, schnelle Reise. Willkommen zurück zu Far Cry 6. Ich habe es gelöst. Ich musste von hier ein Schloss abschießen, was da hing. Da bin ich natürlich vorher nicht drauf gekommen. Aber jetzt haben wir es. So, alles einsammeln, was hier noch kommt. 500 Meter. Ja, hat es vollgebracht. Ja, genau zum Weg. So. Oh, hallo. Sorry. Alles Fleisch kann ich verkaufen. Jetzt habe ich ihn hier. Oh, hallo. Sonst ist da aber nichts. Oder was? Oh, hallo. 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 Ich denke. Oh, hallo. Ich werde ihn gegen Baunehmen. Oh, den Kopf getroffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Alles gut. Wo kommen denn die ganzen jetzt her? Helikopter. Ja. Vielen Dank. Was ist das? Chicharron, bei Fursch. Nichts da. Boah, es sind viele. Spawn immer neu. Spawn immer neu. Oh shit. Es folgt eine Ankündigung von dem Präsidenten Katerino. Schließt euch. Da ist er hier, Chicharron. Chicharron, hierher. Oh, das ist oben bestimmt. Aber jetzt ist es ja nichts interessantes. Ich habe mich zu lange aufgemacht. Stört dann. Ja. Eine besondere Ankündigung von El Presidente Anton Castillo. Meine treuen Jahre. Wir müssen weiter in die Richtung. Den Weg lauf ich nicht. Hallo. Ja, verpüsst dich. Wummel nicht am Sitz rum, der ist genau richtig eingestellt. Danke. Adio, Hoss. Hallo. Dani. Alles gut bei dir? Ja, bin beim Turm am Café Tasse. Warum? Kriegst du ein bisschen gestresst? Ein Kumpel von mir kennt jemanden, der Telefonkarten auf der Straße verkauft. Er meinte, Marquesa hat einem die Eier abgeschnitten, weil er ohne Genehmigung der Kulturministerin ein Führer gemacht hat. Kriegst du kalte Füße? Ach, Quatsch. Marquesa kann mich mal. Aber wenn sie mich holen kommt, dann passt du auf meine Eier auf, okay? Okay. Beatrice Graffiti. Da hoch muss ich sein. Das Steuerelement muss ganz gut sein. Da oben. Wie komm ich da hoch? Alter. Das wird das Signal verstärken. Ist klar, Vicho. Rabi und Libertad kann auf Semnau gehen. Dani. Du hast versucht, aber keine Kessel stört meine Signale. Sie überhören mich einfach mit dem Sack, das ich antonen. Scheiß 2G verbindert. Mach die Stöße an der Gipfelstation Taino platt und die großen Schlüssel, die unsere Signale blockieren. Taino. 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 Sorry. Fuck. Ups. Bingo, diese Stimme. Die Störer müssen weg. Die Stimme ist eine Familie. Sie sind eine Familie. Sie sind eine Familie. Bleib liegen. Stopp, Alter. Scheiße. Die Terroristen von Libertad haben zufrieden aus unserer Familie fehlgeleitet. Wenn da also ein Yaraner von den... ...und an Chara Gassir fehlgeleitet wird... ...ist nur noch nicht, um das Lesen von Sektores de la Patria zu leben. Nur so kann unsere Yaranische Familie... ...seitig für die Kiste, die blühen und den Chaos beschützen. Das ist eine Waffenkiste. Und da habe ich ein bisschen Ausblick. Auf Reis. Ich sollte zuerst den Störsender auf der Schüssel ausschalten. Ingenieur geschichtet. Wie viele sind die überhaupt noch? Geil. 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 Du fehlst noch. Scheiße, Heli. Schnell da hin und das fertig machen. Genug von dem Dreck. Den ist da beschäftigt. Dann gehe ich gleich mal rüber. Ich muss auf den Turm steigen. Ähm, ja. Stimmt, hier war ja aus. Ich muss den Schalter in Verstärkung nehmen. Oh, es ist grün. Oh. 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 Das wird Talia gefallen. Paolo wird durchdrehen. Hast du Sklada schon erzählt? Nein, weil ich gerade mit dir rede. Genieß den Moment, Piccio. Haha, ich habe die Macht. Scheiß auf Maria. Ich werde Castillo unser Radio Libertad in die Fresse donnern. Unsere Musik, Libertads Message. Die Meinungsfreiheit siegt. Viva Libertad. Noch eine. Abgeschlossen. Gut. So. Haha, schnelle Reise. Ich weiß, dass Paolo viel mit dem Lager zu tun hat, aber wir brauchen echt mehr Hilfe. Ich würde auch sagen, das reicht erst mal. Ja. Und beim nächsten. Okay, ne. Dann sprechen wir nochmal mit dir. Nur eine perfekte Show, Paolo. Wichtig ist das Demo. Javier Cusam bei Free Speech besorgt uns den US-Vertrag. Uh, ein amerikanischer Plattenvertrag. Wenn das nicht unsere perfekte Rettung ist. Was ist denn Lars? Wir haben den ersten Auftritt seit wir aus Esperanza wechseln. Und Paolo stellt sich quer. Wieso? Marquesa wird uns umbringen, aber ich habe das No-Go überall hingemalt. Nein, das habe ich getan. Und ein scheiß Zebra geklaut und für diesen Priester gemordet. Ganz klar, ihr tretet auf. Äh, Priester? Einen Song. Dann sind wir raus. Oh, mi amor. Ich würde es so gern ficken, aber wir haben noch was vor. Pack deinen Scheiß, Baby! Danni, ich finde es super, dass du so frei die Wahrheit sagst. Was ist, Bicho? Wir müssen Marquesas Propagandaquartier von Soldaten säubern, wenn wir da aufbauen wollen. Und mit wir meine ich dich. Beziehungsweise auch ein bisschen mich. Uns beide. Ich verstehe. Verbreiten wir die Wahrheit. Ich verstehe. Chicharro. Komm her. Geh weiter. Ja. Erreiche die Villa Marquesa. Ja. Da werden wir aber als nächstes hingehen. In der nächsten Folge. Äh, bis dahin. Haut rein. Ciao.